und probieren wir es kommen ja natürlich es ist fair verwandle einfach alles in Glut ja komm her was ist mit meinen hündis einen hat es mitgenommen ich will mal was probieren der ist auch so agil gib mir doch mal eine Zeit anzugreifen die Geister haben mir nichts gebracht bei aller Freundschaft ich glaube auch nicht dass er irgendwie ja dafür war ich zu langsam oh komm schon also ich kämpfe in Dark Souls wir sind immer unfair aber richtig ich habe so das Gefühl mit dem Einbringen des Pferdes haben sie ein paar Sachen komplett kaputt gemacht weil erstens Pferdkämpfe sind grausam zweitens haben sie damit halt auch echt viel Steuerung kaputt gemacht weil die Bosskämpfe dafür absolut gefühlt mehr auf Pferdekämpfe aus sind wie man hier sieht nicht so das ist nicht so nicht so Das war gut. Das war sehr gut. Boah, das hat gesessen. Das Problem ist jetzt folgendes. Oh, mein Hund lebt noch. Oh, mein Hund lebt noch. Er hat gesessen. Fuck. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja, natürlich. Ich habe zwar geblockt, aber warum? Also, ich habe so das Gefühl, den kriegen wir hin. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie. Wenn er uns vom Pferd runter hat, dann hat er einfach ein so weites Moveset. Das ist echt unfair. Das ist nicht so okay. Das hat mir bei Kalamid jetzt nicht so... Aber ich bin auf Englisch. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das war's. Ich muss jetzt mal meine Ausdauer wieder ein bisschen regenerieren. Jawohl, der hat gesessen. Ja, Stun und direkt hoch. Oh, komm schon da. Oh, das ist wehgetan. So, meine Wolfie sind im Eimer, so wie es aussieht. Was macht der denn da hinten? Hm. So, meine Wolfie sind im Eimer. So, meine Wolfie sind im Eimer. So, meine Wolfie sind im Eimer, so wie es aussieht. So, meine Wolfie sind im Eimer. So, meine Wolfie sind im Eimer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da hat mich der Fels aber echt den Arsch gerettet. Ich glaube, das interessiert den Drachen relativ wenig. Ja, natürlich. Gib dem doch mehr Range. Am besten noch so Blitzaugenlaser. Warst du, wie sie jetzt den Drachen anstirbt? Oh, mir brennt so der Rachen, ey. Oh, mir brennt. Hallo, ich dachte, das Flamme war schon vorbei. Oh, mir brennt. Achso, das geht ja bis zum... Ein bitteren Ende. Achso. 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 einfach klingeling habe das gefühl dass dort die eigenen hunde im weg stehen dann wird das nix wir müssen theoretisch nur ablenken solider schaden naja warum dieser scheiß angriff warum gibt man im drachen so einem angriff selbst bei kalamit haben sie es so gemacht dass du ausweichen kannst aber hier bist du direkt down der musste ja der war viel zu leicht nein war er nicht er war genau richtig er hat spaß gemacht er hat freude gemacht so hat man sich im mittelalter gefühlt wenn man gegen drachen gekämpft hat zwar natürlich eine lüge aber so 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 yo hab das gefühl dass anvisieren hier ist mist komm ey ich kastrier dich mal mein freund fuck komm komm schon na ich weiß nicht also ich merke jetzt keinen fortschritt ich merke jetzt keinen fortschritt na gut märmst ähm was mache ich hier sollte ich dich annehmen na komm ist egal ich will mal was probieren ich will mal gucken ob ich eine andere kriegsasche ausrüsten kann eine beschwörung würde ich gerne rufen umschalten der wanderadligen ruf fünf wanderadligen geister äh es ist alles irgendwie nicht so geil also da bin ich mit den wölfen am besten immer noch am besten bedient aber das problem ist natürlich dass die wölfe gegen den drachen natürlich nicht so wirklich eine chance haben hab ich das gefühl und der feuerball den ich hier benutzen kann der braucht einfach zu lang der braucht zu lang bis der gecastet ist ich probiere den noch einmal mal gucken wie weit wir kommen ja das ist aber oft so das war doch schon mal ne das ist aber guter schaden das ist aber guter schaden oder das ist aber guter schaden das ist aber guter schaden Ja, Mann! Der hat wehgetan. Oh, f*** dich Justin. Jetzt! Mach Sitz! Drachenherz. Eine neue Kraft der Drachen kann in der Kirche der Drachenkommunion verwendet werden. Drachenherz.